Ich bin im Jahr 1989 in die Schule gekommen und kurz davor haben mich meine Eltern mit meinen Geschwistern zusammen mitgenommen auf eine Demonstration. Das war in der Nähe von uns. Da haben sich viele Leute auf der Straße getroffen in langen Reihen. Jeder hat eine Kerze in der Hand und wir haben einfach da gestanden und ich als Kind natürlich auch gewartet. Aber jetzt im Nachhinein habe ich den Eindruck, dass ich doch Teil dieser großen Bewegung gewesen bin und freue mich sehr, dass das passiert ist und dass die so starke Veränderungen für Deutschland, gute Veränderungen für Deutschland hervorgerufen wurden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017